Ja, guten Tag! Schön, dass Sie sich von Garderoben, Haken und Garderoben und Leisten interessieren. Da sind Sie bei Hermann Schwerter natürlich richtig, dem Anbieter von dem größten Sortiment an Garderoben, Haken und Leisten, was es am Markt gibt. Und da würde ich Ihnen gerne etwas genaueres zu erzählen. Hermann Schwerter existiert seit 1905 und wir produzieren also seit Jahrzehnten Garderobenhaken. Dafür steht Iserlohn. Die Industrie kommt aus dieser Stadt. Und hier sehen wir jetzt unsere metallischen Produkte, die also im Wesentlichen aus Eisen, aus Draht oder aus Aluminium gemacht werden. Inzwischen auch nicht mehr alle in Iserlohn, sondern ganz viel in der verlängerten Bergbank in Fernost. Hier haben wir die Garderobenleisten, die eher im Gastronomiebereich eingesetzt werden, während die bunten Modelle gerne zu Hause und die besonders bunten auch in Kinderzimmern Verwendung finden. Auf dieser Wand haben wir ein neues Produkt. Das sind unsere Collageleisten. Collage, weil sie eben aus verschiedenen Stilen zusammengesetzt sind und Sie sehen, das sind einzelne Möbelknöpfe, die wir hier auf die Leisten aufgebracht haben, wo man also mit spielen kann, welche Modelle für welchen Verwendungszweck am besten zusammenpassen. Holz-Garderobenhaken sind nicht so sehr üblich. Beziehen wir von einer Drechselerei in Deutschland hochwertiges Material mit einer besonderen Ausdrucksnote, wo wir noch ein bisschen schauen müssen, wie der Markt darauf reagiert. Ja, dann haben wir hier nochmal neuere Modelle, die wir auch in der verlängerten Werkbank in Fernost machen lassen und versuchen dabei immer dem Trend ein bisschen voraus zu sein und die aktuellen Farben damit zu bringen. Farben richten sich nach der Mode, ganz häufig eben auch nach Nagellack oder Lippenstift. Das sind so die Trendsetter und dann müssen wir eben sehen, dass wir bei den Indekorationsartikeln uns diesen Trends dann anpassen. An dieser Wand zeigen wir wieder viel Farbe für den privaten Einsatzbereich. Unter anderem hier die Türgarderobe. Die kennen Sie sicherlich aus der eigenen Wohnung. Die werden einfach nur auf die Tür aufgehängt. Man muss also nicht in die Wand schrauben, sondern kann sehr schnell auch etwas auswechseln. Ein Modell von vielen hier gezeigt. Und darüber ist etwas ganz Neues von einem Schmuckdesigner, der diese Ronden für Ringe und Broschen produziert und für uns dazu einen Garderobenhaken entwickelt hat. Da ist ein kleiner Magnet drin und der hält diese Ronde fest, die man dann eben entsprechend auswechseln kann. Dies ist hier eine Leiste mit Keramikknöpfen, die wir aus Indien beziehen, wo dieser Stil besonders häufig anzutreffen ist. Und wenn Sie überhaupt diese Leisten so sehen, dann sind die so ein bisschen Strandgut oder Vintage Stil, also ein bisschen abgenutzt. Ein Stil für das Landhaus wohnen. Diese Kunststoffknöpfe haben wir auf die Leisten gebracht, die hauptsächlich in Jugendzimmern Interesse finden und hoffen damit den Geschmack von Jungs und Mädchen zu treffen. Auf diesen Karten zeige ich Ihnen unsere Kollektion Isalona Haken, eine hochwertige Serie, die von Architekten von europäischem Rang gestaltet wurde und die in besonderen Objekten wie Hotels, wir haben eine Hotelkette in Australien, damit ausgestattet, Verwendung finden. Einige besondere Modelle finden Sie im Katalog der Firma Manufaktum. Da ist auch unsere Wirtshausgarderobe enthalten, also ein Garderobenständer, wie er seit 100 Jahren gemacht wird und eben in Gaststätten sehr häufig eingesetzt wird. Ja, vielen Dank, dass Sie unseren Messestand hier besucht haben und sich für Garderoben, Leisten und Haken interessieren. Genaueres erfahren Sie dann auf der Homepage entweder www.schwerter.de oder isalona-haken.de, wenn es unsere hochwertige Serie sein soll. Viel Spaß mit unseren Garderoben!